Das, was am Neuen eigentlich neu ist, ist nicht so trivial zu erkennen. Man sieht zwar, da hat sich was verändert, aber es ist leicht, wenn man das möchte, zu sagen, das ist dasselbe wie vor zehn Jahren in Grün. Und ich kenne das schon und das war vor zehn Jahren schon jetzt nicht die große Revolution und deshalb befasse ich mich auch diesmal nicht weiter damit. Mir ging es selbst so, als das Web dann plötzlich da war, 93, 94, hat mir das ein Freund gezeigt und ich guckte das mit jetzt im Rückblick beschämender Gleichgültigkeit an und dachte, wird schon sowas sein wie BTX. Das ist, glaube ich, ganz leicht in diese Falle zu tappen. Dass es einem irgendwie bekannt vorkommt und man denkt, das sei dasselbe nochmal. Und dass die Gemeinsamkeiten zwischen einer neuen Sache und ihren Vorgängen sind auch immer viel leichter zu erkennen als die Unterschiede. Die Gemeinsamkeiten stehen sofort ins Auge. Ich glaube, dass das sogar verwandt ist mit dieser Kritik, die von Müttern gerne an der Musik geübt wird, die ihre Kinder hören. Das hört sich doch alles gleich an. Weil man natürlich die Gemeinsamkeiten erkennt und die feinen Unterschiede. Um die zu erkennen, müsste man sich wirklich einarbeiten in das Thema. Diese Ambivalenzen anzuerkennen und nicht stur, heil auf Diskussionspodien zu sitzen und zu sagen, alles wird besser beziehungsweise alles wird schlechter, was leider Standard ist. Was natürlich auch das traurige Format Podiumsdiskussion so mit sich bringt, weil es da halt normalerweise darum geht, dass man sich mit irgendwelchen Extrempositionen profiliert. Aber diese Veränderungen haben natürlich, auf Englisch gibt es die Faustregel, there ain't no such thing as a free lunch. Diese Dinge haben ihre Kosten. Und die Diskussion würde ein bisschen fruchtbarer verlaufen, wenn man auf der einen Seite diese Kosten, willens wäre, diese Kosten zu betrachten oder eben das zu betrachten, was verschwindet und auf der anderen Seite auch umgekehrt eher in der Lage wäre, nicht nur den Untergang von allen möglichen zu wittern, wenn die nächste Technik um die Ecke gebogen kommt. Ich glaube, dass das Übergangsphänomene sind. Also diese Zeitungsartikel, mein Jahr ohne Handy oder meine Minute ohne Internet, worüber man dann gleich ein dickes Buch schreibt, das geht, also da gibt es halt einfach im Moment eine Nachfrage nach Texten darüber und dann werden die auch geschrieben. Aber ich glaube nicht, dass das ein ernsthaftes Diskursthema tatsächlich darstellt. Was es natürlich gibt, ist eben diese Zweischneidigkeit. Dadurch, dass zum Beispiel der Arbeitsplatz kein konkreter Platz mehr ist für ganz viele. Also das ist auch in normalen Berufen oft keinen guten Grund mehr gibt, diesen Beruf an einem bestimmten Ort auszuüben. Die vielen Coworking Spaces, die in Berlin in den letzten drei Jahren aus dem Boden geschossen sind, das kommt, denke ich, primär daher, dass man erst seit recht kurzer Zeit mit einem Laptop alles machen kann. Bis vor ein paar Jahren war das noch so, da hatte man den Laptop als Zweitrechner. Man hatte aber noch einen Desktop-Rechner für die eigentliche Arbeit. Und man brauchte ja auch einen Stapel Bücher womöglich, der dann da auf dem Schreibtisch liegt. Und das fällt gerade sehr stark weg. Man hat meistens alles dabei, was man zur Arbeit braucht. Und deshalb kann diese Arbeit auch an ganz vielen Orten stattfinden, für viele eben auch zu Hause. Und das, was da einerseits schön ist, diese Auflösungen von bestimmten Zeit- und Ortszwängen, das bringt halt auf der anderen Seite die Kosten mit sich, dass die Arbeit dann auch mit einem überall hinwandert. Und dass bestimmte Forderungen oder die Tatsache, dass man überall in Gesellschaft ist, dass man nicht mehr einsam und von seinem Freundeskreis abgeschnitten ist, nur weil man sich am falschen Ort aufhält, eine schöne Sache auf der einen Seite, aber eben auch auf der anderen Seite damit verbunden, dass man nirgendwo unbehelligt bleibt von dem Strom an Mails und anderen interessanten Dingen, der da täglich passiert. Also ja, sehe ich auch, dass dieses Lagerdenken schwieriger wird, aber weniger deshalb, weil man eben irgendwelche Diskussionen verfolgt und dann feststellt, gut, da gibt es also sieben verschiedene Meinungen dazu und nicht nur eine, wie ich bisher dachte, sondern eher dadurch, durch die sozialen Netzwerke, dass man da feststellt, diese Menschen, die meine Freunde sind und von denen ich bisher dachte, dass sie in allen wesentlichen Fragen des Lebens meiner Meinung sind, sind nur in wenigen Punkten tatsächlich meiner Meinung. Also was da ja passiert in sozialen Netzwerken, ist, dass man Leuten dabei zusehen kann, wie sie sich so verhalten, als wäre man nicht dabei. Also sie schneiden das, was sie sagen, nicht auf das zu, von dem sie schon wissen, dass man da Berührungspunkte, gemeinsame Themen hat, dass man sich da größtenteils einig sein wird, sondern sie reden auch über Themen, die sie nie angeschnitten hätten, wenn man zu zweit beim Kaffee sitzt und dann merkt man, da gibt es gar nicht diese großen Gemeinsamkeiten und kaum hat man sich daran gewöhnt, dass das so ist, stellt man bei der nächsten Diskussion fest, dass alle Lager einen Schritt nach rechts oder links gemacht haben und man sich wieder damit abfinden muss, dass die Freunde unberechenbar sind und die Lager nicht so klar umrissen, wie man sie gerne hätte. Diese Beschleunigungsdebatte, die gibt es inzwischen seit über 100 Jahren. Und wenn das tatsächlich so wäre, wie der naive Beschleunigungskritiker vermutet, dass es alles immer schlimmer und schlimmer wird, dann wäre es inzwischen schon so, dass man mit zwölf am Herzinfarkt versterben müsste. Und tatsächlich ist es ja nicht so, dass sich das Leben gleichzeitig in allen Bereichen beschleunigt, sondern da sind verschiedene parallele Prozesse am Werk. Manche von denen bremsen sich wieder ab oder verschwinden einfach und in manchen stellt sich raus, dass das, also zum Beispiel haben wir im Internet Segen oder Fluchen ein schönes Zitat über den sehr stark beschleunigten und stressigen Beruf des Fräuleins vom Amt im frühen 20. Jahrhundert, den es einfach nicht mehr gibt. Keine Klagen mehr zu dem Thema. Macht jetzt eine Maschine. Die beklagt sich nicht drüber, dass es schnell geht. In anderen Bereichen verschwindet der Beruf oder die Tätigkeit zwar nicht, aber das, was anfangs als quälende Beschleunigung erlebt wurde, hat es geschafft, inzwischen eine gleichgültige oder sogar angenehme Position zu besetzen. Also, wo man im 19. Jahrhundert darüber klagte, dass die Tageszeitung so einen schrecklichen, fordernden Informationsstrom täglich an einem vorbeispült, so ähnlich wie jetzt über Twitter gesprochen wird, da gilt jetzt das beschauliche Zeitungslesen am Frühstückstisch schon wieder als quasi Urlaub. Und nicht nur deshalb, weil sich alles andere so unerträglich beschleunigt hätte, dass das jetzt wieder relativ langsam erscheint, sondern einfach, weil man Möglichkeiten gefunden hat, damit klarzukommen, das auf eine verträgliche Weise in den Tagesablauf einzubauen und auch die Zeitung entspannt zu betrachten, die Tatsache, dass da sehr viel drinsteht und zu wissen, dass man das, was da drinsteht, nicht alles lesen muss. Was Zeitunglesen für fast alle bedeutet, dass man zwei, drei Artikel gemütlich durchliest und den Rest ins Altpapier gibt.